moin moin und herzlich willkommen hier zu stampelgeist hier bei good games gang ich habe mir übrigens jetzt ein feuerwehrmann gekriegt aber ich habe den keinen bock anzuziehen aber ich kann ihn euch auch mal eben zeigen weil man hier ist können personalisieren mein hier war man ja schön aber wir bleiben beim partner also wir sehen uns gleich in der runde natürlich wieder mit zahl war und jane moin moin was glaubt ihr meine damen herren werde ich wieder alle drei kronen holen wie letzte woche wie die wochen davor oder gönne ich mal den anderen eine krone aber so ein toller hengst bin ich dann doch nicht egoistisch oder seid ihr ehrgeizig und wollt euch auch mal eine krone holen hier hier möchtet ihr jetzt eine krone holen da bin ja mal gespannt ob ich dem schwein eine krone gönne ich bin aber weg mal wie ich meine krone holen werde zack guckt ihr dann oder zu diesen nicht gesehen darf man abo da lassen die kann mich freuen vielen dank für dein abo wir gehen auf die 1000 zu dauert zwar noch ein bisschen aber wir gehen auf die tausend zu ich bekomme im moment nicht neue abonnenten was mich sehr freut weil vorher hat das immer wochen gedauert für ein abonnent jetzt noch täglich ich bin natürlich bin ich erster hallo meine damen und herren ich bin natürlich erster und ich bin zweiter guten morgen leute wo ist das schwein und so schwein ich finde das schwein ich bin der schwein wirklich der weihnachtsmann kommt der weihnachtsmann ist weg der weihnachtsmann kommt er kommt da der weihnachtsmann muss es schaffen der weihnachtsmann muss es unbedingt schaffen er muss es einfach schaffen er hat es geschafft der weihnachtsmann der weihnachtsmann das schwein das skelett ist auch cool also so viele schöne skins und ich habe nur ich habe nur ein feuerwehrmann wo was das denn das kenne ich auch noch nicht nimm fahnen ein oha team spiel ich bin blau was seid ihr ich bin blau was auch blau man kann nicht springen das schwein ist gelb ja warum sagst du denn das so blau ist ich bin ja rechte seite gerade fahnen also wir auch auch schwein weg wir haben uns selbst gepackt ja wir haben rechts rechts los hause wir kicken die weg weg zu meinem jungen genau leute fick die raus hey du da weg da hey ja ich schieß rüber guck mal boom sniper gewehr okay ich nehme mit ein ich nehme mit ein ich komme alle raus hier da ist das schwein da ist das schwein jagt das schwein jagt das schwein ich gehe gegner base ich bin im gegner base aber die lassen mich hier einfach im gegner team was das denn was die lassen mich hier einfach die flagge erobern ich bin ich bin vorne angefangen wiii wiii alle ich habe einmal hey du hast gewinnt wir müssen die rauskicken ganz schnell ja ne ne doch meine damen und herren ich will an dieser stelle mal sagen ich habe nur verloren weil ich mit zwei waren ein team war haha die haben mich dreimal ins wasser geworfen ich konnte gar nichts erobern ich habe doch fünfmal erobern oha was für ein cooles level das kann ich cool das ist der level das finale level gewesen ok jay gib dein bestes wir drücken dir beide die pfoten los schwein du schaffst das schweinchen 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 pass auf die steine die fliegen oh das sieht gut aus der zweite platz ist richtig weit weg die sind alle noch am anfang du könntest dir so viele fehler erlauben das ist scheißegal guck mal nach hinten die sind alle noch hinten die sind alle noch hinten normaler sprung nee kein normaler sprung hier ab durch stargate also normalerweise wo das ziel das sind drei stück da gerade auch gerade auch das richtige einfach doppel ja geh einfach rein geh ja doch er ist auch mit seinem sein c ist er drin ja da hat er jay auch mal gewonnen ja weil ich einfach besser bin nein weil ich einfach mit den ganzen team runtergezogen worden bin man ist nur so das team ist nur so gut wie der schlechteste spieler so wir sehen uns gleich in der nächsten runde wieder so los geht's welches level wird es diesmal sein wo ich mir mein grünchen abholen kann solange es keine teamspiele sind ist das ganz okay weil das team zieht mich runter ja ja würde ich auch sagen aber das schwein und ich sind ganz vorne mit drei so dass gewinn hat das gesehen dann wobei das ist schon schwer mal rutsch so weg hua hua das schwein guckt genau was ich mache unser schwein überhaupt ich bin erster schwein schön schwein schön ich hab's geschafft oh ich bin ein bisschen geschäft musst du genau jetzt bringen total wahr wenn du das verkackst ist was los oh ja man hey man rutscht schon weg aber er hat geübt na oh er hat gerade so gerettet er hat geübt er hat geschäftet oh bei mir war es als wärst du richtig krass rausgeflogen hast du das gesehen ich hab gesehen dass du es hättest nicht gewinnen dürfen guck mal wir sind da oben rechts in der ecke ganz online schwein du bist ein armes schwein oh das level kenne ich auch noch nicht so viele neue level das hatten wir alles die letzten wochen gar nicht richtig krass hier ich kenne auch hier gar nichts ach du jetzt auch heimlich ich übe hier gar nichts heimlich ich bin wieder ganz vorne ich bin natürlich wieder erster meine damen und herren wie wäre es auch anders also wenn der hase nicht gewinnt dann stimmt irgendwas in diesem universum nicht dann ist die hölle zugefroren wenn ich verliere ist die hölle zugefroren ich habe ja genug zeit da sollte ich mir ja mal so als merch anlegen auf dem t-shirt so easy peasy weil ich einfach der beste bin und hase ist der best hinten auf dem rücken und ganz eu west weil ja alle drei drin der baumeister kriegt ordentlichen stein ab einer hängt noch ganz hinten bei dem freusten und mehrere hängen auch hinten bei dem freusten aber manchmal habe ich das gefühl dass dass das bots sind also so dumm aber bei folge ist ja auch manche leute spielen so dumm so spielen die mit absicht so dumm ich habe einen youtuber die haben noch nie gespielt dann ziehen wir bei mal fallgeist okay jetzt kriege ich keine krone ich hasse das hier kriege ich keine krone das ist mein absolutes hasslevel ja meine auch das ist eine lüge die gewinnt zuerst immer hat nicht reagiert hat nicht reagiert mein controller bist du rausgeflogen oder was nein erkennst du hier welche rausgeflogen sind das halbaut das halbaut nicht so noch ganz ganz oben hm eine ebene werdet ihr überspringen also fliegt ihr zu meiner ebene fliegt ihr in den tod also ich bin immer noch ganz oben ja aber das dauert ja 100 jahre so ne und eine andere dann müsste doch noch ein random boot sein oder bist du noch drin du bist da ganz unten jetzt darfst du halt nur nicht in die mitte fallen ja ah tschüss einmal doppelt gesprungen war viel okay jetzt muss ich nur noch gegen jay gewinnen aber so viele platten hat er da unten nicht ich habe noch eine ganz andere etage vor mir der kann dafür sprung gemacht pisi pisi ich will nur mal sagen ich habe schon eine millionen kronen wie viele kronen wir gucken uns das mal gemeinsam an du und ich wir schauen mal an wie viele kronen besitze ich also ich los mal eben die gruppe auf ich will den leuten mal eben zeigen wie viele kronen ich habe ich habe acht kronen meine damen und herren jetzt sagt ihr mal bitte wie viel kronen habt ihr etwa mehr als du erzähl doch mal wie viele kronen haben sie ich habe eine wo sehe ich das nochmal oben links in der ecke unter deinen namen neben den pokalen ja er spielt auch die ganze zeit die ganze zeit außer ja innerhalb unserer gruppe hast du keine elf pokalen keine elf kronen gewonnen genau wir sehen uns gleich in der nächsten runde tschüss also bis gleich da war einfach hin so da sind wir wieder in der letzten runde für diese folge und als erstes beginnen wir mit dem bieber bumm den jungle ich schaffte tschüss 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 Und die Stumbleguys, so hießen wir ja auch am Anfang. Wir mussten ja unseren Namen ändern. Mussten wir nicht. Wir haben unseren Namen geändert. Ja, weil es sieht ja auch besser aus. So, aber jetzt bleiben die alle still. Ja, aber jetzt ist sie auch tot. Jetzt ist sie auch tot. Jetzt ist sie auch tot. Bevor das passiert ist. Guck mal, wir haben noch ein Schwein in der Gruppe. Du bist nicht das einzige Schwein. Hey, du bist nicht das einzige. Oh, Fußball. Echt Fußball. Oh, ich hoffe, ich bin nicht mit Zyber im Team. Ich bin blau. Ich bin blau. Nein, nicht schon wieder. Bist du wirklich? Was seid ihr? Ja, ich möchte halt einfach nicht mit euch in einem Team sein. Ja, möchte ich auch nicht. Und da fehlt das erste Tor. Ja, ich habe ein Tor gemacht. So geht das. Habt ihr es gesehen? So spielt man Fußball. Ja, und jetzt haben wir zwei Gegentore. Und, komm, ich habe auch ein Tor. Ich habe auch ein Tor. Ich habe auch ein Tor. Komm schon. Und ich habe noch ein Tor. Nein, doch. Ich habe zwei Tore gemacht. Ich habe zwei Tore gemacht. Ich bin der beste. Beste Hase. Ich habe das eigene Tor gemacht. Ich habe voll gesehen. Beste Hase EU West. Beste Hase EU West. Nein, 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 nein. Weg hier. Ich bin Tormann. Ich bin Tormann. Beste Hase EU West. Wo ist der andere Ball? Ich verteidige. Ich verteidige. Alle im Gegner-Team. Oh, Jake, der Torwart hat sie alle reingelassen. Geil. Ja, Entschuldigung, dass mein Team ein Eigentor macht. Ja, ja. Die ganze Zeit den Ball zu uns. Jetzt kommen wir wieder die Ausreden. Jetzt kommen wir wieder die Ausreden. Nein, 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 nein. Komm, meine Mädchen ist in den Ball zu uns? Ja, jetzt kommen wir wieder die Ausreden. Nein, nein, nein. Oh Mann, gerettet. Jetzt kommen wir wieder die Ausreden. Nein. Hast du gesehen, wie ich... Oh, das war ich. Hey, dieser 1A-Tor-Hochschuss. Ah, Jake, hast du niemals schaffen. Das hat man reingelassen. Er weint. Guck mal, er ist gebrochen. Sieht nur das Schwein. Er ist gebrochen. Die zwei Schweine sind jetzt weg. Das... Ja, beide Schweine. Weg mit den Schweinen. Oh, Ben ist auch da. Da ist auch Ben. Ben der Eisbär. Das kenne ich auch nicht. Das kenne ich auch nicht. Was ist das? Lava-Lahm? Ja, das ist wie mit dem Honig. Selbe. Nee. Weg, haste. Ich geh nur noch weg. Wir müssen ja quasi auch mal auf einen höheren gehen. Ah, daneben. Haha, daneben, Salva, du Lappen. Nein, nein, nein. Ah! Guck mal, Jay ist einfach gebrochen. Guck mal. Guck mal, das Ben. Ben, komm hoch. Ben, komm hoch. Einer, er ist eliminiert. Weg. Nein, ich bin zu dumm. Ey, diesen Doppelsprung muss ich nicht machen. Das ist tödlich. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Oh, Mann, Salva. Guck mal, die hängen da zu dritt. Guck mal, die hängen da zu dritt. Die werden zu dritt untergehen. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin auch tot. Scheiße. Weil die drei mich abgelenkt haben. Mann. Meine Damen und Herren, das war Stumpegeil für diese Woche. Haus da rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jai? Okay, kein Schutz von Jai.